Das Leben und das traurige Ende von Valeska Gerd Gerd wurde als Gertrud Valeska Samosch in Berlin in eine jüdische Familie geboren. Sie war die älteste Tochter des Fabrikanten Theodor Samosch und Augusta Rosenthal. Sie zeigte kein Interesse an Akademikern oder Büroarbeit und begann im Alter von neun Jahren, Tanzunterricht zu nehmen. Dies, kombiniert mit ihrer Liebe zur kunstvollen Mode, führte sie zu einer Karriere in der Tanz- und Performancekunst. 1915 studierte sie Schauspiel bei Maria Moussi und Tanz bei Rita Sarchetto. Der Erste Weltkrieg wirkte sich negativ auf die Finanzen ihres Vaters aus und zwang sie, sich weit mehr auf sich selbst zu verlassen, als es andere bürgerliche Töchter normalerweise tun würden. Als der Erste Weltkrieg tobte, schloss sich Gerd eine Berliner Tanzgruppe an und schuf revolutionären Satire-Tanz. Nach Engagements am Deutschen Theater und der Tribüne in Berlin wurde Gerd eingeladen, in expressionistischen Stücken in der daistischen Mixed-Media-Kunstnächten mitzuwirken. Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in Oskar Kokoschkas Hiot, 1918, Ernst Tollers Transformation, 1919, und Frank Wedekins Franziska. In den 1920er Jahren brachte Gerd eines ihrer provokativeren Werke mit dem Titel Pause zur Uraufführung. Zwischen den Rollen in den Berliner Kinos aufgeführt, sollte es auf Inaktivität, Stille, Gelassenheit und Stille inmitten all der Bewegung und des Chaos des modernen Lebens aufmerksam machen. Auch in den 1920er Jahren beinhalteten Gerds andere progressive Auftritte das Tanzen eines Verkehrsunfalls, Boxen oder Sterben. Sie war revolutionär und radikal und hörte nie auf, ihr Publikum gleichzeitig zu schockieren und zu faszinieren. Als sie 1922 in Berlin einen Orgasmus tanzte, rief das Publikum die Polizei. In dieser Zeit trat sie auch im Kabarettschall und Rauch auf. Gerd startete eine Tournee ihrer eigenen Tänze mit Titeln wie Dance in Orange, Boxing, Zirkus, Japanese Groteske, Des und Wohre. Außerdem verfasste sie Artikel für Zeitschriften wie die Weltbühne und die Berliner Tageszeitung. Bis 1923 konzentrierte sich Gerd mehr auf Filmschauspiel als auf Live-Auftritte und trat mit Andrews Engelmann, Arnold Korf und anderen auf. Sie trat im GW Papst Scholle Street 1925, Tagebuch eines verlorenen Mädchens 1929 und die Drei-Groschen-Oper 1931. In den späten 1920er Jahren kehrte sie mit Stücken zurück, die Tontänze betonten und die Beziehung zwischen Bewegung und Klang erforschten. 1933 führte Gerds jüdisches Erbe zu einem Verbot der deutschen Bühnen. Ihr Exil aus Deutschland schickte sie für einige Zeit nach London, wo sie sowohl im Theater als auch im Film arbeitete. In London arbeitete sie an dem experimentellen Kurzfilm Pet & Pod, der lange Zeit ihr letzter Film war. In London heiratete sie in zweiter Ehe den englischen Schriftsteller Robin High Anderson. 1938 emigrierte sie in die USA, wo sie von einer jüdischen Flüchtlingsgemeinschaft betreut wurde. Sie fand Arbeit beim Geschirrspülen und posierte als Aktmodell. Im selben Jahr engagierte sie den 17-jährigen Georg Kreisler als Probenpianisten, um sich weiterhin auf die Kabarettarbeit zu konzentrieren. 1941 hatte sie die Becker Bar in New York eröffnet. Es war ein Kabarettrestaurant, das mit nicht übereinstimmenden Möbeln gefüllt war. Julian Beck, Judith Marlina und Jackson Pollock arbeiteten für sie. Tennessee Williams arbeitete auch für kurze Zeit als Busboy für sie, wurde jedoch entlassen, weil sie sich weigerte, seine Trinkgelder zusammenzulegen. Gerd kommentierte, dass seine Arbeit so schlampig sei. Bis 1944 war Gerd nach Provincetown, Massachusetts, umgezogen, wo sie Valeskas eröffnete. Hier traf sie sich wieder mit Tennessee Williams. Sie erzählte ihm Geschichten über die Einstellung einer 70-jährigen Zwergin namens Mademoiselle Pumpernickel, die eifersüchtig wurde, wenn Gerd auf die Bühne ging. Während dieser Zeit wurde sie vor das Gericht in Provincetown gerufen, weil sie Müll aus ihrem Fenster geworfen und einen Tanzpartner nicht bezahlt hatte. Sie rief Williams als Charakterzeugen auf, was er gerne tat, obwohl sie ihn gefeuert hatte. Er erzählte ungläubigen Freunden, dass er sie einfach mochte. 1947 kehrte sie nach Europa zurück. Nach Aufenthalten in Paris und Zürich ging sie 1949 ins Blockadet Berlin, wo sie 1948 das Kabarett Hexenküche eröffnete. Nach der Hexenküche eröffnete sie Ziedenstall auf Sylt. In den 1960er Jahren feierte sie ihr Comeback im Film. 1965 hatte sie eine Rolle in Verlinis Juliet of the Spirits, deren Erfolg sie in den 1970er Jahren dazu veranlasste, sich an junge deutsche Regisseure zu vermarkten. In dieser Zeit spielte sie in Rainer Werner Fassbinders Fernsehserie Acht Stunden machen keinen Tag und in Volker Schlöndorfs Film Coup de Gris von 1976. 1978 lud Werner Herzog sie ein, in seinem Remake von Murnaus Filmklassiker Nosferatu den Immobilienmakler Knock zu spielen. Der Vertrag wurde am 1. März unterzeichnet, aber sie starb nur zwei Wochen später, bevor die Dreharbeiten begannen. Am 18. März 1978 berichteten Nachbarn und Freunde in Kampen, Deutschland, sie sei seit vier Tagen nicht gesehen worden. Als ihre Tür im Beisein der Polizei aufgebrochen wurde, wurde sie tot aufgefunden. Sie soll am 16. März gestorben sein. Sie war 86 Jahre alt.